Zwei Tage nach dem schweren Zugunglück in Bad Aibling ist ein weiterer Verletzter gestorben. Die Zahl der Toten steigt damit auf elf. An der Unglücksstelle waren heute Bergungsteams damit beschäftigt, die ineinander verkeilten Waggons voneinander zu trennen. Sie suchen noch immer nach einem weiteren Fahrtenschreiber. Die Ursache für den Zusammenstoß ist nach wie vor unklar.